Ich habe da heute eine Box bekommen, okay Leute, das ist meine Überraschungsserie für euch. Ich mache die gleich mal auf. Ich habe keine Ahnung, was drinnen ist, könnte geil werden, geil werden, geil werden, geil werden. Leben ist auf und ab, auf und ab, die ganze Zeit hin und her, Achterbahn, aber ich weiß immer mehr, was ich will und ich zum Beispiel will YouTuber werden, ich will erfolgreicher YouTuber werden und darum ziehe ich es einfach durch, leider. Ich habe ja schon genug falscher Luft, hier ist es, ne. Der letzte Rist, der letzte Rist, es ist ganz angenehm, das Wasser, der letzte Rist, wie freut dein Platz? Woher soll ich lachen, Chef? Entschuldigung, Entschuldigung, manchmal habe ich mich nicht unter Kontrolle. Wizard am Start. Herzlich willkommen heute zum offiziellen Handy-Bass-Polter-Trick. Jetzt sehe ich das Handy. Erster Treffer unversehen. Schauen wir mal, wie das Handy aussieht. Legolas, was sieht deine Elbenauge? Nichts. Ich bin auch ein Vlogger eigentlich, also abstrakte Kunst und Vlogs und so Videos, aber jetzt könnte man in diesen herrlichen Tag gehen, so dass irgendwo eine Grille irgendwo da ist. Auf jeden Fall, wir suchen jetzt Leiche, keine Menschen-Leiche, sondern Frosch-Leiche, ok? Leiche. 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 Der Frosch-Leiche. Ja, wir schauen jetzt zum Frosch-Teich und da gibt es vielleicht Leiche. Das sind schon die Kaul-Korps, das ist ja. Das sind schon riesige Kaul-Korps. Das sind wir zu spät gekommen. Wo, da ist der Schwamm. Tschüss. Woho. Komm zurückbleiben. Ist dein Gebet. Das ist cool, Bruder. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Fabian. Ok, meine lieben Leute. Hallo und herzlich willkommen. Also, liebe Leute. Ich habe dir heute eine Box bekommen, ok Leute? Hallo und herzlich Willkommnnn Ok liebe Leute! Hallo und herzlich Willkommen zu meiner neuen Serie Hallo Community! Herzlich Willkommen! Hallo und herzlich Willkommen, euer Fabian wieder am Start! Hallo und herzlich Willkommen zu Wizard, heute mal ein bisschen ein ernsteres Thema Wizard am Start! Musik Musik Musik